Köln, in genau einer Woche stehen sich Stefan Raab, 57, und Regina Halmich, 47, zum dritten Mal im Boxring gegenüber. Doch wie fit wird die TV-Total-Legende sein? Angeblich holt sich der 57-jährige Hilfe von einem früheren Weltmeister. Nach Angaben von Bild bereitet sich der Entertainer härter als je zuvor auf den Kampf vor. Demnach trainiere der Kölner viermal die Woche zweimal täglich. Außerdem soll er intensive Cardio-Einheiten absolvieren. Doch das soll nicht alles sein, denn der frühere Eurovision Song Contest-Teilnehmer hat sich scheinbar auch einen Trainer dazu geholt. Er hat jemanden mit großer Erfahrung an seiner Seite, berichten Vertraute des 57-Jährigen gegenüber der Zeitung. Dabei soll es sich um den früheren Box-Weltmeister Felix Sturm, 45, handeln. Bereits 2007 hat der gebürtige Leverkusener Raab auf den Fight gegen Halmich vorbereitet. Stefan ist überaus ehrgeizig und hat einen starken Willen, lobte er damals. Weiter berichtet Bild, dass er sich auch ein eigenes Box-Camp aufgebaut hat. Dazu gehören ein Box-Trainer, ein Ernährungs-Coach bzw. Koch, ein Konditionstrainer und ein Physiotherapeut. Gibt es einen Trailer mit mehreren Promifrauen? Des Weiteren heißt es aus Produktionskreisen, dass an einem Trailer für den Fight gearbeitet wird, wo Raab in den Ring steigt. Gerüchten zufolge allerdings nicht nur gegen Regina Halmich, sondern zeitgleich auch gegen andere Promifrauen, darunter Ilka Bessin, 52, TV-Star Jenny Elvers, 52, Boxerin Susi Kentikian, 36, und eine von Oliver Pochers Ex-Frauen. Damit soll gezeigt werden, dass der Waddehade-Dudeda, Interpret es mit allen Frauen aufnehmen kann. Ob die Vorschau überhaupt gedreht wird, ist jedoch noch fraglich. Nur eines scheint festzustehen. Im dritten Aufeinandertreffen mit der früheren Box-Weltmeisterin soll der erste Sieg hier. So heißt es aus Raabs Umfeld, dass der Kölner den Erfolg um jeden Preis will, da er wieder im Rampenlicht stehen wolle. Er will wie Phönix aus der Asche steigen. Der Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich findet am kommenden Samstag im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf statt. RTL überträgt das TV-Spektakel ab 20.15 Uhr. RTL überträgt das TV-Spektakel ab 20.15 Uhr.